Wir werden in dieser Woche den Untersuchungsausschuss AMRI einsetzen, mit dem geklärt werden soll, was alles um den Fall AMRI schiefgelaufen ist. Es kamen in den letzten Wochen ja immer wieder neue Informationen. Und da finde ich schon, muss der Deutsche Bundestag klären, was ist schiefgelaufen. Wir hoffen natürlich, dass die Länder, in denen AMRI auch unterwegs war, mitmachen und die notwendigen Auskünfte geben. Ich appelliere an die Landesbehörden in Berlin und Nordrhein-Westfalen, dass sie dem Untersuchungsausschuss auch die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, was muss anders werden, damit so etwas nicht mehr passiert. Untertitelung des ZDF, 2020